Das ist das Adidas Revigo 17 Torwartrikot. Mit dem Adidas Revigo 17 Torwartrikot gibt es ein Torwartrikot aus dem Bereich des Profifußballs. Das heißt, das Revigo Torwartrikot ist das gleiche Torwartrikot, das auch Bundesliga-Torhüter und andere internationale Torhüter in der Saison 2017-2018 tragen. Zum Einsatz kommt dabei ein hochfunktionelles Adisierung-Material, das dafür sorgt, dass das Trikot leichtes und hochfunktionelle Eigenschaften hat und eine hohe Ventilation bietet. Das Adidas Revigo 17 als Torwartrikot ist ein Torwartrikot mit aufgedrucktem Adidas-Logo, V-Kragen und einem Drei-Streifen-Design im Bereich der Schultern. Besondere Elemente des Adidas Torwartrikots sind dabei der enge Bereich der Arme, der etwas kürzer gehalten ist, sodass ausreichend Platz gegeben ist für den Bereich der Torwarthandschuhe. Das Adidas Torwartrikot kann mit den engeren Armen, aber auch sehr einfach komplett angepasst werden, sodass es eine hohe Passform bietet. Das Adidas Revigo 17 Torwartrikot ist im Bereich des Rückens komplett einfarbig und somit ein Jersey, das ganz in eurem Look gestaltet werden kann, mit eurem eigenen Spielernamen, eurer Lieblingsrückennummer, eurem Vereinslogo. Das Adidas Revigo 17 von den Profitorhütern für euch.